Ja, schön, dass du heute da bist. Könntest du dich kurz vorstellen und uns sagen, was du machst? Ich heiße Sushila Meskita. Ich habe sehr lange jetzt an der Uni gearbeitet, im Referat Gender Forschung, hatte eine Verwaltungsstelle da und aber parallel dazu auch unterrichtet, vor allem im Master Gender Studies, aber auch auf der Politikwissenschaft zum Beispiel und auf anderen Unis. Und seit kurzem bin ich selbstständig als Schreibcoach tätig und habe mich, habe quasi die Uni verlassen in Raten, weil ich noch weiter unterrichte. Könntest du uns ein bisschen erklären, welche Bedeutung die Universität hat für die Produktion von Wissen, von hegemonialem Wissen? Also das Hegemoniale bedeutet einfach, dass das hier ein Anspruch ist auf die Wahrheit, auf Objektivität, auf das, was Wissen überhaupt ausmacht für uns. Die Universität ist, würde ich sagen, nach wie vor die zentrale Institution der Wissensproduktion. In dem Sinn ist der Begriff des Wissens sehr zentral mit der Universität an sich verbunden und das, was als wissenschaftliches Wissen gilt, das immer noch gesellschaftlich einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und ich finde es interessant, mir anzusehen, was natürlich schon ganz, ganz viele gemacht haben, wie diese Definition von Wissen passiert, was als legitimes Wissen gilt, als wissenschaftliches Wissen und was dadurch natürlich auch nicht. Also ganz konkret ist die Wissensproduktion auch die Universitäre ganz zentral verknüpft mit der kolonialen Gewaltherrschaft, nämlich einerseits als Legitimationsdiskurs für Tötung, Verschleppung, Eroberung, Plünderung und so weiter im Namen einer zivilisatorischen Mission. Und andererseits hat die Universität und aktuell immer noch dient sie weiterhin zur Produktion des Wissens über die anderen, das dann natürlich auch wieder zur Legitimation einer Minderwertigkeit und dadurch Ausbeutbarkeit eines Absprechens der Menschlichkeit und so weiter verwendet werden kann. Also Universität und Wissen sind für mich ganz, ganz klar mit Gewalt verbunden. Man kann das ja sehr schön auch ein bisschen nachvollziehbar machen an dem, welche Ausschlüsse die Universität historisch produziert hat. Also wenn man sich denkt, am Anfang waren Universitäten ja nur für Männer zum Beispiel. Könntest du uns darüber ein bisschen was erzählen? Wir haben ja vor kurzem ein Jubiläum der Universität Wien, ich glaube 650 Jahre war das gefeiert und dann kam so, oh okay, Frauen waren an der Universität Wien erst mehr als 500 Jahre nach der Gründung zum Studium zugelassen. Erst Ende des vorletzten Jahrhunderts haben die ersten Studienrichtungen sich auch geöffnet. Das sehen wir natürlich auch in der Repräsentation, in den Gebäuden, in den Denkmälern, wem wird hier gedacht, wessen Wissen wird hier gefeiert und welches fehlt und das sogar unbemerkt. Die Universität Wien wie auch andere Universitäten natürlich ist auch tief verstrickt mit Antisemitismus und mit Ausschlüssen hier und zwar nicht erst ab 1938, schon viel früher ist das passiert. Universitäten haben immer schon etwas Elitäres gehabt, das heißt auch da sind die Ausschlüsse inherent und auch das zieht sich ja weiterhin bis jetzt. Sie tragen natürlich auch dazu bei, dass nur bestimmte Personen sich angesprochen fühlen, sich überhaupt zutrauen an einer Universität zu studieren. Für Studierende aus sogenannten Drittstaaten sind die Studiengebühren ungleich höher, beziehungsweise gibt es von Anfang an Studiengebühren. Also auch hier sehen wir ganz viele Ausschlussmechanismen, die dazu führen, dass das Wissen, das hier aktuell produziert wird, ein aus meinem Verständnis sehr enges Wissen ist. Was bräuchte es dann an der Universität, dass es sich da mehr öffnet sozusagen für diese Zielgruppen, dass eben genau diese Perspektiven mehr Platz haben? Das ist eine schwierige Frage und ich glaube die Universität allein kann die nicht lösen. Ich denke, das ist das Bildungssystem in Österreich allgemein, weil das einfach schon in der Schule beginnt oder im Kindergarten, dass migrantisierte Kinder anders behandelt werden, schlechter behandelt werden, nicht so viele Chancen haben, dann aufs Gymnasium zu kommen und so weiter. Und die Universität, ja, die passt sich da sehr gut an, an das Ganze. Es gibt kaum Vorbilder. Wenn wir uns umschauen, die Uni Wien ist weiß und mehrheitsösterreichisch, deutsch, europäisch, nach wie vor. Ich beobachte das seit Jahren. Wenn wir uns Einstellungspolitiken anschauen, die Verfahren und so weiter, welche Qualifikationen bekommen, also werden höher gereiht, höher gewertet, wer fällt dadurch ohnehin schon mal raus. Also ich denke, da muss strukturell ganz viel passieren. Da müssen viele Leute ihre Köpfe zusammenstecken. Und da muss auch ein Wille da sein von ganz oben. Welche Rolle spielen da Diversity Strategien zum Beispiel? Also Diversity würde ich fassen mit vielen anderen als a difference that doesn't make a difference. Also so ein fröhliches Nebeneinander von unterschiedlichen. Etwas Buntes ist immer dabei. Da geht es vor allem um ein Bild nach außen hin zu verkaufen. Es ist ja eine Marketingstrategie geworden. Ein neoliberales Tool. Und das finde ich extrem schade, weil vom Ursprung her kommt ja Diversity, der Begriff, aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Aber so wie ich das sehe an der Uni Wien, ist das für mich etwas, das hat Sarah Ahmet brillant beschrieben, als nicht performativ. Es ist etwas, es wird gesagt, dass hier auf Diversität geschaut wird, aber es wird nichts dafür getan, dass das auch tatsächlich passieren kann. Weil dahinter eine Hinterfragung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen stehen muss, um nicht nur an der Oberfläche kleine Veränderungen durchzuführen. Es gibt ja zum Beispiel dekoloniale Ansätze, die versuchen, die Universität zu dekolonialisieren oder so dekoloniale Theorien oder Praktiken an den Universitäten zu festigen oder zu stärken. Was hältst du von diesen Ansätzen? Was wäre da vielleicht gut für die Universität? Ich bin sehr skeptisch, was Dekolonisieren der Universität angeht. Für mich ist es ähnlich wie mit Diversity, dass Dekolonial oft nicht das tut, was es vorgibt zu tun. Aus meiner Sicht müssen wir fünf Schritte zurückgehen und überhaupt mal Kolonialität, die Gewalt der Kolonialität verstehen. Und aus meiner Erfahrung ist das hier noch nicht angekommen. Und natürlich hat das ein bisschen damit zu tun, dass Österreich formal keine Überseekolonien hatte, in dem Sinn. Aber das ändert nichts. In Deutschland ist es ähnlich schlimm. Das heißt, hier gibt es eine Amnesie über die koloniale Gewalt und was das mit uns hier immer noch zu tun hat. Und da kommen wir zum Wissen zurück, wie sehr diese Art zu denken, dieses Wissen über die anderen, diese Entmenschlichung, aber auch eine Art von Wissen, der es darum geht, auszubeuten, die Natur, die Menschen usw. Wie tief das in uns drinnen steckt und wie schwierig es ist, da überhaupt mal irgendwas zu Dekolonisieren, wenn wir nicht anerkennen, wie sehr wir in diesem Denken verhaftet sind und welche Gewalt davon ausgeht. Ohne hier mal ein grundlegendes Basic-Verständnis zu produzieren, würde ich nicht von Dekolonisieren an der Uni sprechen. Ein erster Schritt wäre, dass die Universität und wahrscheinlich jetzt die Universität als eine Institution von vielen anderen die eigenen Verwicklungen, sage ich jetzt mal so, in koloniale Herrschaft genauer sich anschaut. Das kann dann wirklich auch wieder jede Disziplin für sich selbst machen. Alle Disziplinen, diese disziplinäre Logik ist ein Produkt kolonialer Herrschaft. Und diese Art, das Wissen zu produzieren, eben auch zu schauen, was bedeutet Wissen, was ist Objektivität, was ist legitimes Wissen, wer kann das produzieren, was ist mit verkörperten Wissen, wer sind die Subjekte, wer sind die Objekte der Wissensproduktion. All das sind Basic-Fragen und ich denke, es sollte wirklich darum gehen zu erkennen, dass wir anderes Wissen brauchen. Danke für das Gespräch. Danke für die Einladung.